An der Ante links abbiegen, dann geradeaus fahren. An der Ante links abbiegen, dann abbiegen, dann abbiegen, dann abbiegen, dann abbiegen. An der Ampel links abbiegen. An der Ante links abbiegen, dann abbiegen, dann abbiegen, dann abbiegen, dann abbiegen. Abbiegen, dann abbiegen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 An der Ampel links abbiegen ZDF, 2020 ZDF, 2020 Links abbiegen in die Kleiststraße, dann in die nächste Straße links abbiegen ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020